Kolumbien ist das Zentrum meines Lebens. Darf ich euch zu einem typisch kolumbianischen Essen einladen? Die Priester und die Stierkämpfer sind heute die einzigen fantasievoll gekleideten Menschen. Das war das Beste, was mir passieren konnte, meine eigene Welt zu schaffen. Es ist immer wieder spannend zu sehen, wie so viele Leute die Figuren anfassen. Es vermittelt den Menschen etwas von dem sinnlichen Gefühl, mit dem ich meine Plastiken modelliere. Den Zuschauer mitzunehmen, das ist es, was ich wollte. Immer wollte.